ja halligian amigos und herzlich willkommen zu einem neuen video heute mal mit dem marcel hallo ja und wir machen heute mal die random pack challenge das heißt dass wir ein einfach von 24 punkte genau auswählen und dann auch die molia ein bisschen eins gegen eins damit spielen also jede rohe 1 dass das 1 runde ein anderes texture pack genau so läuft das ab und ich würde sagen wir beginnen direkt einfach mal oder ja ich füge dann mal bei resource pack resource pack 24 der random pack ich habe da ich habe diese meile die ponies habe ich gerade irgendwie ich habe habe ich gerade vor er das hatte ich auch glaube ich schon mal ich habe gerade meile deporte gesagt ja bei kata mani ich den 0 wird 400 download ist ziemlich kurz das texture pack braucht ziemlich lange ist bei meister 246 download meint hat 400 denkt mal meint ist ziemlich scheiße meint hat ziemlich lang pink pvp so ich bin ich bin dann auf jeden fall so nehmen wir mal dann meint raus gerade habe ich übrigens das von ein roxer drin was ich euch auch mal unten in die video beschreibung wahrscheinlich verlinkt habe alle das texture pack sieht so scheiße aus hey lol das ist ja gar nicht black white doch da so äh soll ich dich schlagen oder willst du mich schlagen lol auf jeden fall ist meine hotbar pink das kann ich schlag dich mal äh ich habe übrigens gerade das Ohr Eila mein Inventar ist pink aber er ist das Lava ne was ist das das ist irgendwie hä was ist das hier habe ich so ein leuchte blockkorb was ist das Erde stopp mal nein das hier das ist er ach das ist Erde alles Erde ja ja weil bei mir ist das so goldend alles klar wir spielen gerade übrigens mit dem ähm Pack von dem also mit dem Kit von dem dem Jani ähm seinen Kanal habe ich euch auch unten mal in die äh Beschreibung ach ja äh äh just das Kanal ist bei mir auch verlinkt was hältst du natürlich auch bei mir Alter 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 bei mir kommen so Regenbund fahrende äh Partikel raus alles klar und wir haben easy gewonnen ja und jetzt ins nächste resource pack ja äh nächstes resource pack das akar gar kill resource pack so random pack ich hab das äh hat auf jeden Fall schon 2000 Downloads Mainz hat nur 159 Downloads ein Wort und 32 Megabald Mainz lädt richtig schnell Mainz lädt immer noch richtig langsam die erste äh wo haben wir es denn jetzt äh ähm da kann sein dass es kein Bild hat ähm 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 hast du den Namen gemerkt äh warte äh 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 was steht da? äh 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 cpc und eine gewusst war bei der Aufnahme gucken du musst sie ist weg an zu und jetzt aus Versehen zwar auch mal reingetan ja dann musst du das ein aber du musst ja mal mein Teckel meine Aufnahme gleich reinziehen wenn die oben ist mit welchem neuen ja alle ist klar dann sehen wir uns wieder wenn sein Microfile auch oben ist Prozent Leute da sind waren wieder nachdem ich mal in Minecraft zum Neustarten gebracht habe weil eben ist mir das scheiß Ding irgendwie abgeschmiert wir haben jetzt drin das und ich hab so ein ganz komisches wie heißen die Figur nochmal am Miki Figur in Teckel pack zieht euch mal dieses Inventar rein das sieht einfach so schrecklich aus so äh dann kämpfen wir der war jetzt irgendwie so naja jetzt nicht so geil das schlag du mich weil ich will mal gut weil äh Marcel hat er glaube ich das lol das ist doch das das sind Pfeile das ist ein Angeln und das ist ein Bogen ist so eine Shotgun ah alles klar aber hat kein Sound ne ich habe auch gar keine Sounds du auch nicht ne es äh doch ich hab Sounds aber dieses Ding hat keinen anderen Sound als ein Bogen warte ich habe gar keine Sounds ah alles klar jetzt habe ich wegen dir gewartet ja aber ich habe einfach keine Sounds äh ich weiß nicht ob das nochmal ist warte ich ändere mal ganz kurz mein Pack so ich ändere jetzt auch mein Pack äh ja das wird ne kleine Herausforderung jetzt habe ich wieder Sounds keine Ahnung es lag eben irgendwie an dem Pack so äh jetzt habe ich das Blumenhitte Pack download was ist das random Pack lol ich hab das Faisen Pack das freut mich ja moin mit äh also auf jeden Fall das äh Faisen Blumenhitte Pack wo ist das die 1050 K 8 Pack so da habe ich das nice alter von Faisen dann so geile jetzt habe ich das Blumenhitte Pack Herr fuck wo ist denn da wo ist jetzt das Faisen wo kann ich das jetzt sind wir in einer Runde und jetzt kämpfen wir soll ich dich ok stopp ja äh let's go du hast noch immer das scheiß Kit hm wir nehmen gleich mal das äh rot pp warte stopp mal naja ich will mal kurz was gucken auf jeden Fall war das grad irgendwie ziemlich scheiße weil dieses Pack was wir ausgewählt haben hm beziehungsweise das random Pack was wir runtergeladen haben konnten wir irgendwie nicht auswählen nice haha bist du ready ja ich bin ready richtiger Lachsennacken ey du hast auch ein Pferd ja 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 baby baby weggekommen wo alter fast nein läuft dann machen wir jetzt die letzte Runde oder äh warte ähm ich würde sagen wir könnten noch irgendwie 3 oder so also ja mit Fails ich denke mal wir nehmen grad irgendwie 5 Minuten oder so erst auf ok dann nehmen wir noch ein paar mehr random Packs download download achso ich dachte grad das installiert so richtig schnell ok so wir nehmen jetzt auf jeden Fall das nächste ich könnte uns wollen ja gerne so warte dann da ich bin wir nehmen wir spielen wir spielen gleich nochmal mit meinem ähm ähm pack irgendwie es wird mir ja das darkness pack und ich hab mein komisches Jack ach jokin02 pack das müsste jetzt ja hier ist es das andere habe ich eh irgendwie nicht gesehen gut so das darkness pack ist am start wir klicken auf done so ok schlägst du mich ja ja warte ich äh change noch mal kurz mein Name ähm rot rot ja schon so bin jetzt mit dem rot pvp pack so ähm der stimmt oh let's go so jorge es wird gekommen das ist einfach die gar nicht aber ich bin am üben ich bin am üben ich bin am üben ok nice so und dann nehmen wir wieder ein resource pack ein resource pack 24 ein random pack und das ich hab jetzt das neunmal kalios 4 versus 2 ne v2 4 ich hab einen Suppenlöffel rfl ja ist das behindert wenn du es hat was für ne scheiße egal ich hab jetzt einfach mal auf 100 klickt dann da sit rein hier ist es tatsächlich ja das Suppenlöffel back wie uns gefällt oh june oh june oh june oh june schlägst du mich die steine sehen so richtig behindert aus warte weil ich nehm mal eh wieder das Kit von Janni obwohl wir nehmen mal ein äh Kit von irgendeinem random Spieler würd ich mal sagen nimm doch äh nimm doch äh unbekannt TV abonnent äh abonniert premex dann könnt ihr den mal den lieben premex abonnieren ich weiß zwar nicht wer da ist ich hab auch keinen wir nehmen mal hier irgendwie so einen hohen kobold elf sieht auf jeden Fall nice aus jetzt komm mal her warte ok wo bist du gut schlag mich roten kobold das krasse Kit vom hohen kobold ui so du Arschkrabbe komm her ich bin keine Krabbe alles klar vielleicht bin ich ein Arsch aber keine Krabbe na gut ein Arschkriecher jetzt komm her Hilfe hallo wir werden doch nicht weg ihr Blumenbeetmann ja wahrscheinlich man hat ne no hit delay oder ne doch nicht ne doch nicht ne doch nicht ne muss ich jetzt geppeln geppeln alles klar oi Junge er gehört sich wie viele Leben hast du eigentlich schon verloren ich bin Junge stirb doch mal man soll ich mal geppeln die Fresse nein Alter ich hab nicht gegeppelt ich bin gleich tot ja ja gut und jetzt machen wir mal das letzte Pack ich würd sagen das letzte Pack machen wir jetzt jo ich würd sagen wir nehmen jetzt mal das letzte Pack was haben wir hier denn so ein V3 ähm ich hab ein V3 random Pack ich hab das das es Swishis 10k Pack also 10k Pack 546 Downloads und 2 Vs es lädt gerade runter mein das dauert irgendwie nach vor allem hatte ich vorhin einfach das Phase Pack auf Onload geklickt glaube ich und dann hab ich auf dann geklickt und dann hatte ich es einfach nicht alter richtige Fahrer schon das war einfach das geilste von allen die ich bin hier bislang jetzt hatte es lädt einfach mal Ewigkeiten runter ist gleich fertig Leute so es sieht ungefähr aus wie das das davor also zum Beispiel der Smaragdererz das soll ein 10k Pack sein mhm also meins ist ganz okay boah junge alter äh schlägst du ja warte war es lädt noch runter es lädt noch gleich fertig wir sind jetzt bei 90% und 100% nein warte und 100% so dann so wie hieß das auch das hier das Faison habe ich einfach nicht bekommen alter richtig krache so fügen wir es mal ein dann so und was haben wir hier denn jetzt schon äh lol schlägst du mich? hello das sieht also die Schrift hier sieht echt geil aus schlägt das ist gar nicht mal so schlecht warte ich muss noch mal im kit changen ich spiel noch mal im kit von dem lieben da da zickzack bei die äh die äh nimmst du irgendwelche aus der Lobby? rocco spielt hier komm ok ok schläg mich schläg mich warte na gut rocco spielt der hat dieses angeln ja sieht auf jeden Fall aus wie ein na lol das ist eigentlich voll das geile pvp pack na meins geht eigentlich voll meinst du? na lol wie die aussehen nein mein Schwert ja nimm dein Schwert ich schlag dich nicht nimm dein Schwert ich schlag dich nicht nimm dein Schwert ich schlag dich für hast du du musst auch gesagt komm her bitte bitte das war mein Schwert ja doch komm her was? mein herzengewinter vom Meer so ok das war's auch von diesem Video komm ein Pack geht noch ein Pack geht noch ein Pack geht noch na gut alle guten Dinge sind wie viel hatten wir jetzt? ich hab keine ich auch nicht random Pack oh das sieht scheiße aus ich hab ein Dario xD aller das lädt auch schnell runter ich hab nen scheiß Pack drück auf Download so äh dann was mach ich da eigentlich? Resource Pack jetzt hab ich vergessen wie es heißt du darfst auch kein anderes nehmen ne? du musst wirklich das kommen was du ähm da angezeigt bekommst ich hab vergessen wie mein's hieß alles klar so ich bin jetzt eigentlich dann ich nehm mal eben kurz ein anderes noch weil ich vergessen hab alles klar so ähm Dario immer mit dieser ausreden so äh lol ja der wills irgendwie nicht so so das hier ist auf jeden Fall schwert geht eigentlich oh pfui alter was ist das nicht alter gönnt euch mal hier dieses grünen Ohr nee alter belastend mein Pack lädt so mein Pack lädt so langsam runter ja alles klar alter wie groß ist das? keine Ahnung äh äh 47 Megabyte ok 2 2 ecco pack 490.000 snowballs achja alles klar so verstehst du auf jeden Fall so äh in der Zeit nehme ich schon mal ein anderes kid ja dann nimm ein anderes kid äh wenn ihr jetzt mal das vorne ah das ist schlimm und so das sieht nicht gut aus nimm es so it's josef schade gut ärgerlich nehm wir was vom lieben Ärger ok nicht ready? schlag mich glaub das ist so behindert ok was ist das? ach das ein Gold mein Gold mein Gold mal abfüllt sieht aus wie so ne Bombe alles klar oh irgendwie wie der Bogen aussieht ist irgendwie richtig creepy Bogen gehe ist eigentlich ganz normal Alter ich hab so richtig geile Bogen Skits ah doch ah ich kann auch treffen wie viele Pfeiler haben wir eigentlich? ach 10 noch ah ok äh äh komm her komm wo? meine Bombe fressen mach ich auch fress deine Bombe geile Lava wusstest du was? nein lol wie du grad geleckt hast ne du hast geleckt ich bin da ganz normal durchgesprungen ja 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 aber wie hast du geleckt? nein hey Junge Junge nein komm zurück hallo oh my god ey wo ist denn ey wo ist denn Wasser? bitte bitte ich hab kein ja komm eins geht noch 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 so Leute das letzte Pack geht's aber für heute ja aber äh das wird so vergisst du den 20 random Pack diese Gregs Tagebuch Pack oh facken was? ey was bekomm ich für ne scheiße ich hab ein bay bay seit 8 ano 20x meins fliegt aber richtig schnell einfach mein es geht was ist das denn? das muss ich Gregs Tagebuch als ich halt Junge die dümmsten Packs in Minecraft ohne Witz so warte wo ist es jetzt jetzt finde ich es nicht pass auf jetzt ist es hier nicht bei wir haben das ha das ist hier gar nicht bei ja moin hä es ist gar nicht irgendwie meins auch nicht es ist auch nicht dann sollen wir in ein neues kommen das Flori Pack zum schlafen LP Pack jo mein ist mein erstes Pack was ich je selbst gemacht habe ist ein Pack was den Varu Packs ähnelt 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 was? das Varu Pack ist scheiße das ist doch was was für ein Pack hast du? kann sein dass ich zu viele Packs grad drin hab ne ich glaub du kannst zu viele drin haben ich will die auf jeden Fall nachher alle löschen Junge na ich lösche die auch mal ich muss noch mal ein random Pack was die ich hab ein Basti GHG Fan Pack was die zockt was die GHG ah das äh das ist sogar drin hm cool dann einfach warte zum schlafen jetzt kommt's ey wollen wir meinen Minecraft wetten? ne doch nicht ne meins ist auch nicht Alter was ist was sind das für Tasten? hm was sind das für Tasten? ok äh Junge das ist ja ja schlägst du mich? schlägst du mich? warte ich ich change mal eben noch kurz das Kit ach ja spiel mal mit dem dann kann ich ja ich bin der Flügelkohlkönig spiel also wir spiel jetzt mal mit dem Like Star Prime die anderen sind aber echt nicht drin so zack zack wer überlebt mit dem Tossi hm keine Ahnung Peace Rikospiel Mannox Froggy nimm doch irgendeinen warte ich hatte ich hatte von so ein it's josef da ist es gut ok schlägst du mich? ich glaub das ist ein richtiges Scheißpack Kugelfisch da hab ich einen Kugelfisch ich hab auch einen Kugelfisch pass mal also mein goldener Apfel ist einfach blau what the fuck also es ist halt Grasblöcke sind so klobig wie nix es ist auch richtig scheiße manche Texturen sind gar nicht äh wirklich ausgetauscht wo bist du? hinter dir hallo ach so da au wusstest du dass ich Bogenskills hab? äh seit wann? seit gestern ok weißt du wann wir das letzte Mal gespielt haben? gestern? ne vorgestern ok oh Junge sterb doch mal man komm komm kombo du machst mir einfach keinen der Menschen mit deinem Schwert hä, als wenn? ja jetzt machst du wieder ich glaub das sind OP Gold Äpfel ganz sicher bin ich mir dabei aber auch nicht ne ne das sind keine OP doch das sind OP Gold Äpfel du das war jetzt der letzte warte wir nehmen ein Gold ab du das war jetzt der letzte ok wir schmeißen den Rest ins Inventar hast du? bist du ready? ja warte warte wenn wenn zieh ich dir überhaupt Herzen ab? ja ey lol jetzt leckst du ja ich bin dauernd habe ich überhaupt meine DPE höher gestellt? ein Herz ok das war's oder? ja gut Leute das war's dann mit dem Video wenn es euch gefallen hat würde ich mich auf jeden Fall über eine kleine Bewertung freuen schaut auf jeden Fall mal bei dem Marcel vorbei ja und Jani habe ich auch in der Video Überschreibung verlinkt würde mich auch freuen wenn ihr da mal vorbeischaut und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Leute haut rein adios und 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 Vielen Dank.